So, schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Das Ganze. Oder ob wir hier wieder rummachen müssen. 1, 2, 3, so ist doch ganz gut, oder? Finde ich auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sound resumiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß gar nicht, ist das Kapitel Europäisch? Ich weiß gar nicht, ist das Kapitel. 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 Oh, fleißiger Winzer. Hallo? Welche Rebs heute bauen Sie denn ab? Herr Kollege, was ist los mit dir? Welche Rebs heute bauen Sie denn ab? Herr Kollege, was ist los mit dir? Hä? Ich lass dich mal in Ruhe, sie machen mir Angst. Welche Rebs heute bauen Sie denn ab? Ich hab von der Rebs heute geguckt. Ich mach jetzt erstmal einfach nur, ich kann ich das gar nicht sagen, was für eine Rebs heute ist. Der andere Traum. Ey. Ich hoffe, dass man damit mal einen guten Wein oder so was machen soll. Okay. Aber so genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Lassen Sie mal da, äh, hier, Ihrem Winzer-Team folgen, ja. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Danke. Okay. Ein Winzer mit Sprachfehler. Wir sammeln weiter. Ja. Hä? Peri. Wer ging die denn? Hier. Okay, richtig Traum schon gesammelt, ne? Ein Rucksack. Ich glaube, der Ertrag lohnt sich, ne? Probier ich gerade mal aus. Voll gut. Oh, Spaß. Der Herr, sie haben nicht zufällig ein Glässe im Wasser. Okay, jetzt habe ich schnell ne fest, hat er nicht. Oh, man, schau. Ich will Wasser kaufen. Da ist viel. Wart, mein Glück. Oh, jetzt habe ich jetzt auch den Knopf gefunden, wo man endlich mal einen Motor startet kann. Das geht mit Rucksack. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Tag. 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 Vielen Dank. 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 Was... Vielen Dank. ... ... ... ... ...... ...... ...... ... 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 Richtig, ja, ich bin nicht auf einen gebrochenen Pfund. Soll, wie lange dauert es, bis der Gehalt ist? Ein Tag. Oh, Junge, Junge, du hast ja richtig einen reingehauen, ey. Aber richtig, ey. Heißt du, bist jetzt krankgeschrieben, oder was? Ja, genau, ich müsste es erstmal gleich noch in meinen Chefen stecken, ey. Oh, das ist schlecht, ey. Wie lange war das passiert? Das ist, wohin passiert, ich war voll blöde, Mann. Ich war gerade eine Abrechnung steigen. Und, ja, das war alles auf einem steilen Berg. Und ich habe vergessen, Handbremse anzuziehen. Und das ist ein Mistfee-Feld, ey. Und das rollt mir direkt über mein Fuß. Du hast einen Flugarschein gemacht. Kannst du zu Kacken ausliegen. Ja, ich habe vergessen, die Handbremse anzuziehen. Warte mal kurz, Marvin, ich buche dich gleich zurück, ja? Alles klar. Ein Moment, gute Besserung erstmal. Danke. So, jetzt, Entschuldigung, ich muss gerade telefonieren, ich wollte gerade zurück. Bring rein, ich fahre dich da kurz hoch, musst du sicher nicht hochlaufen. Es regnet die Strömen, und komm. Danke schön. Du musst sagen, oder siehst du, Mann, wo ist das? Warte, ich schiebe den Navi hin. Danke für Gott. Oh, Mann. Auf den Weg. Oh, lol. Ein Megaweg. Ja, das war's. Was für Laufen, Homie? Du hast den besseren Weg. Ah. So, und dann den Weg, das. Das schaffe ich dann auch noch. Danke schön. Ja, kein Stress, Mann. Was hier? Brauchst du nicht gleich einscheißen, Mann. Schick, schick, schick. Ja, ich wollte gerade verwirrt. Schick das Auto. Ja, danke schön. Nice. Stress. Ja. Und ein Auto-Brett, ey. In der Ausstattung, mega deluxe. Und dein Auto steht jetzt da nach oben, oder was? Im Motorrad verungliegt. Oh, Mann. Ja, Mann, das ist ein Rutschig heute, das ist einfach zu viel Wasser. Ja. Berechnung. Nur ein bisschen, so ein bisschen kaum mehr. Wollt' ja nicht mehr. Alright. Dreck, Mann. Du machst drauf. Machst du weine, du bist ein Scheiß, du machst du dir nicht mehr. Das wollte ich probieren, ey. Überweil probieren. Ich hab' ich dir nicht mehr. Also, du versuchst. Bin ganz gut. Nein, nein, ich brauchte nur ein bisschen Geld zu machen. Einfach so. Nebenbei, was machst du auch beruflich? Da ist eigentlich nicht Pilot, aber ich will. Ja, du kannst hier nicht mehr so machen. Haha, alright. Der Pilot. Der ist ein Trecker. Das ist schon so für die Aircraft Airlines, so gut wie die Flogen ist, komm du an. Na, undankbar warst du? Ja, absolut. Na. du wendel hier ist es hey da war es nicht so gut, weil ich hier hochgefahren habe, kaufst du mir die für einen jointer von Bion, alright? ok den nehme ich später ja, ja, die müssen ja nicht weg drop den Schiff drop den Schiff, das ist Purple Haze oh, ich hab mit 200 ja, dann gib mir das Schiff hab ich, nur hier hab ich selber hier, Mann perfekt oh, ich hab den Schiff nicht genommen, warte, Mann ich kicke erstmal das ah ja, das ist noch eine kleine Tüte ja, Mann perfekt, ah, ich hab dann noch viel Spaß schon, Jo alles klar, vielen Dank vielleicht komm ich jetzt klar ich hoffe auch, Mann reingehauen auf Entspannung ne, ne rein, mach den Drogen machen wir nicht machen wir nicht haben Bock, um so eine Schiff verknecht zu werden ne, mach den Drogen komm, Arsch ist halt komm, Arsch ist halt komm, Arsch ist halt Ja, ich glaube, da ich ja eh noch ein Backing-Win will. Langer Weg mit der Tankstelle. Der Weg mit der Tankstelle. Hier geht's. Der Wandelhof. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Oops. I did. 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 When did the gas drive? Ich meine, im Motor hat man noch Kraftschub drin? Warum, warum kann man an der Tankstelle keinen Kraftschub kaufen? Also keinen Terminister? So viele Fragen! damit zumindest gehen das ja noch zu einer tankstelle auch ich denke ich will dann, so sehe ich das falsch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Das nennt man wohl Pech. 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 So. 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 Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Yeah.